Wie haben wir gestern von der AfD mal wieder Parlamentsgeschichte geschrieben? Wir waren zum ersten Mal, Götz Frömming und ich, waren zum ersten Mal im Vermittlungsausschuss. Das ist ein Schlichtungsgremium, wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einig sind. Da sind 16 Vertreter des Bundesrates und die Ministerpräsidenten sind da. Und vom Bundestag auch 16 Vertreter. Wir von der AfD waren zwei Vertreter und haben da für die Interessen der Länder gekämpft. Im Wesentlichen geht es darum, dass der Bundestag mit sehr großer Mehrheit, also alle Altparteien haben nahezu geschlossen dafür gestimmt, den Bundesländern Rechte wegnehmen wollen und die Bundesländer das natürlich nicht zulassen. Und die Bundesländer im Bundesrat dagegen gestimmt haben. Jetzt haben wir eine Konfliktlage und um diese Konfliktlage aufzulösen, dafür gibt es den Vermittlungsausschuss. Der hat gestern getagt, erstes Mal mit AfD-Mitgliedern. Also ich fand es sehr angenehm, Götz. In der Sache selber, worum ging es? Ja, es war spannend für uns zu sehen, denn wir haben eine, würde ich sagen, eine Lehrstunde in Demokratie erlebt und haben gesehen, wie die Ministerpräsidenten vor allen Dingen aus den einflussreichen großen Bundesländern gehörig den Vertretern des Bundestages, also von den Altparteien, den Kopf gewaschen haben, die offenbar nicht damit gerechnet haben, dass die Minister ihr, ja, ich sage mal diesen Mäuseköder, ein bisschen Digitalisierung und dafür Rechte abzugeben, die ja zu dem Kernbestand unseres Grundgesetzes gehören. Der Föderalismus ist ja nicht irgendwie eine Erfindung erst aus dem Jahr 2006, sondern geht zurück in das Jahr 1949 und hier wollen eben einige vorweg, insbesondere auch die FDP und die Grünen, dran rütteln und wollen, dass Schule künftig auch noch mehr Bundessache wird. Und da haben die Länder aus meiner Sicht zu Recht gesagt, was bleibt denn dann noch übrig vom Föderalismus, wenn wir das auch noch abgeben? Das ist ja eigentlich der Kernbestand des Föderalismus, dass Kultur und Bildung in den Ländern bestimmt wird. Und hier sind wir ganz auf der Seite der Länder. Interessant war der Verlauf, der Frontverlauf im Bundestag, alle Altparteien außer uns dafür das zu ändern, die AfD, die in keiner Landesregierung vertreten ist und auf der anderen Seite alle Landesregierungen dagegen das zu ändern. Also wir als AfD waren die klassischen Anwälte der Bundesländer im Bundestag, sonst hat keiner auf die Interessen der Länder Rücksicht genommen, das waren wir. So ist es und wir waren auch die Ersten, die das erkannt haben. Zunächst standen wir ja noch weitgehend alleine da. Nur Baden-Württemberg mit Herrn Kretschmann ausgerechnet. Der grüne Ministerpräsident war hier der weitsichtigste und hat auch am klarsten Position bezogen. Er war der Wortführer der Länder in dieser Sache. Aber ebenso auch Herr Bouffier und die anderen Ministerpräsidenten haben hier ganz klar Position bezogen und wir sind sehr gespannt, wie die Sache ausgeht. Also ich wette mal drauf, dass das, was Grüne und FDP sich hier vorgestellt haben, nicht funktionieren wird. Sie haben den Preis erst richtig nach oben getrieben und haben sich nun richtig verzockt. Nämlich die Länder spielen nicht mit und wir sind sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Genau und wir hoffen darauf, dass sich die wirren Altparteienfantasien nicht umsetzen lassen. Dafür kämpfen wir. So ist es. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal.